ich hatte zwischendurch eine baufolge gemacht aber noch mal eine extra folge gemacht wir waren wir waren wir waren hier aber auch drinnen also ich war jedenfalls drin gewesen das ist dieses berg lager oder berg aber wir sind die folgen oder flöten gekommen ich weiß nicht was manchmal ich kann sich nicht so mit obs oder umgedreht keine ahnung was da manchmal los ist jedenfalls stehe ich wieder hier und ihr könnt euch bestimmt denken das britt ist ja weil wollte ich nur hier zum händler fahren gucken was er jetzt anzubieten hat oh mein also sprit also muss man sich langsam wir müssen bücher hier noch sammeln damit was chemiestation machen können damit ich sprit herstellen kann natürlich bestimmt was mit dem schatten nicht vor einem flotter aber irgendwie jetzt kommt er hat er auch noch gefehlt im schatten wo sind sie dann eingang ohne ja nur noch mal schön ärgerlich jetzt muss ich mich auch noch befassen weiß ich nicht acht mal das heutzutage noch das wirklich so wichtig sagt bild wirklich immer alles alles noch mal nicht alles an dem ding verdienen sparen und so gut strecken recken jetzt gehen wir mal ein guck mal geld haben wir ja macht man sich jetzt ja nicht mal darüber zu ärgern das ist nun mal so folge ist weg was soll ich machen also berüchtlichen hindern kann ich mir jetzt nicht mehr ziehen das nehme ich und ohne welche zu bauen dann kannst du mir kleiner monaten eben hier haben wir wollen alles nahe ein solcher bei der mann nur musste jan schnarrn hier irgendwo wo hinkommen muss weil ich mich hätte jetzt hier angefangen zu questionen müsste jedes mal in der vergabene vorrede machen oder 1.5 km laufen das mal überlegt ich habe hier noch mal aus der jahr ist also ich habe hier nämlich was dich und auch für dich und ja alles für dich hier hier ja eigentlich eigentlich und wie man gespannt 900 gibt ja sogar und noch mal 800 für die battery und dann hier es gibt auch 3200 genau das meine ich pflaster abbauen 1000 stück aber wie gesagt dann nimmt er immer nur 3 3 stoppe wir haben 11.000 und ein paar verbrochene was heißt denn so im angebot ich würde also wenn du nicht schon die station heißt hier würde ich mir auch nehmen mal die drei bücher die finden auch so ich würde achten ist ja noch nicht die bücher die man brauchen heißt ja natürlich auch wieder nicht also hier die kauf ich natürlich alle drei jahre aus klingen frauen mit dingen wäre auch nicht merkt sich mit dann auch jetzt eigentlich wo er gerade billig ist nämlich mit also wirklich viel ist jetzt eigentlich so 375 für ein neve 50 55 blöcke ich mir das entweder das geld nennen ja ich soll nicht das doch steine 300 stück die kümmer mitnehmen ich komme immer gebraucher und zement ich habe also ja stimmt da wir ja dort waren in dem berg habe ich natürlich mit der großen vier jahre ich gehe hier das war das steuern ja genau das spezial habe ich da nämlich knapp 20.000 18.000 stein abgeworfen und jeder recht fix und dann habe ich mir das motorrad gesetzt und habe gesagt kommen wir fahren herüber und dann habe ich wieder auf die uhr geguckt und gesehen oder der sprit der liebe sprit und dann stunden noch schon hier elektrozeinsfäusten genau jetzt muss er selber fahren können machst du das alles so billig gerne doch was haben wir hier auch stehen wir auch nicht was man brauche wie heißt jetzt müssen wir noch sprit fahren verdammt oder kann ich hier bei der anderen mal looten ja oh ja war jahre seit noch einmal buch dann nimmst du schon mit ich dachte nur händler ist also was der händler in bietet resettet sich aber irgendwie resettet sich ja alles da kann man den blut auch extra noch einstellen wenn der wieder da muss noch mal gucken ich glaube das konnte man doch selber einstellen normaler ich bin mal gespannt wenn es flugzeug auf bleibt also der hubschraub schraub wir brauchen doch nicht also für sprit fahren weil wir finden wir ja welchen da war ich in der villa drin na will akunde bunt also wohnen der orte stieß es da und das war noch eine nacht mission dass das video ging glaube ich noch aber alles danach ging ja nicht mehr da will akunde kundes klappt das auf der warte noch dabei klappt mehr sprit hier heißt mir so jetzt lass mich doch mal da runter runter macht den sein generator hier drin also ja ich wundere mich schon um es ist doch keine zombie sein der generator hier lag sonst einmal irgendwas diesmal nicht okay naja ich meine viel sprit war es jetzt nicht unbedingt da waren wir schon da hinten waren wir schon und sind wir schon hier rumgelaufen am stapler vorbei ja 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 schon mal gut trotzdem aber nichts eigentlich reingucken gibt sowieso nicht kann man nicht nutzen hier geht nicht in den knochen wenn sie behalten da geht nicht zu nutzen mit hinterm elgerich vielleicht noch was da müssen wir wohl übel sprich hinein machen da vorne hin fahren das waren jetzt vier prozent aha mit sieben bin ich aber losgefahren dann habe ich die 126 oder was ich dann ruhig gefunden da auch noch nein geklatscht aber es sollte nicht sein ich war kampfmusik warum ach ja kommt noch mal ein buch was das finden wir vielleicht da drinnen wenn wir glück haben also da drinnen 9,6 mit also macht die nur 9 da oben ne block schaden dasselbe mit dem und der punkt aber kreiber machte 40 7 genau die macht eben weniger ja zu legen naja ein bisschen im bunker noch weiter bauen können aber leider war immer so ja habe ich ja noch was angeregt so und erst mal hier obwohl ja gut wenn es immer noch so ist wie früher eigentlich von alleine aus dem autofeld sobald abgebaut ist liegen die säcke daneben da wundert mich eigentlich nur noch strom da ist oder macht das der mit seinem generator das hier oben die am besten leuchten doch statt das kind strom aber hier wo ist jetzt noch mal kaputt jetzt 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 noch nehmen wir die auch mit und ein paar pete bauen matsch matsch komm her hit wow muss ja nicht alle hier verkommen und zwar der stoff setz sparen können oder gucken wir mal hier rein beim check point in da liegen schon mal welche nehmen wir die hier leuten mal nach hast du schon was ist heute los irritiert mit denen mit den stangen haben die sich nicht mit drehen wenn ich den arm drehe dann dreht nur das handgelenk ja das kannst du eigentlich legen also das plästig das hat sich ja richtig gelohnt also müsste ich eigentlich alle bauen es gibt alles plästig und das auch her nicht nur klar wir werden stinkreich mit lustig und so müsste eigentlich mit allen seien 6000 steine gibt das alles immer dreimal manchmal ein und zwei mal glaube ich das wort liegen warum nicht das abläuft hier noch mal woher und auch ganz viele rum noch alles voll mit drin da hinten steht ja schon wieder gesprungen wo ist hallo steckt aber ein das war ist das ist ist das ist das das nur sitze wieso 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 geht es da mal so rein und her noch mal kontrolle haben seine macke gut gut einer kontrolle liegen also für die quest muss ich hier dinge auch schon wieder wechseln da kommt ihr angeräumt wo bist du das da drinnen und schon viel zeug aus deinem kopf gibt es nicht großartig ist also kunststoff dass ich mir nicht mehr eingehen hier das ganze behalten ob hier haben wir ja kein interesse dran also die kannst du weg machen wie immer nicht immer so ein stoff ist man ja auch mal nicht haben wir nicht haben wir die sich in der schmiede herstellen die kann man sich nicht in der schmiede herstellen die kann man nur finden mal gucken wir mal haben also immer schon verstorben davon haben sollte das eigentlich reichen da liegt das nicht einmal ein controller da wackelt er mal hin und her meine rücksturz ist klar da wackelt er auch so immer naja 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 ich dachte du stehst du mal auf jetzt ja noch mal schlimmer in der schnipps drin mehr hat man schon ist aber kunststoff und so ich mitnehmen da hinten auch noch munition ich habe es gesehen was denn das überhaupt ach was denn das nein das wollen wir nicht das ist der abkunststoff ne ne da gibt es Eisen wie haben wir das gehen soll ja da kannst du dich doch mitnehmen und das effekt oder was aha kaputt ist dann kann ich nicht mehr mitnehmen könnten ja reparieren aber nö so die kann man nicht looten aber abbauen ich bin schade dass wir die nicht looten können aber vielleicht kommt es ja noch ich würde euch niemand hier rumlaufen und das war dann ok und kisten und eurotäner eigentlich ist so ein sand raus laufen ist nämlich nicht erst bei uns wo ist die textur wo ist er doch ich sehe es da unten ok da haben wir die ganze heiten zu entstehen da habe ich mir gedacht das wären blöcke mit äh barbe drauf geschmissen eben oh das haben wir nicht hier ein Döschen ne komm das kannst du dir schon mal reinhauen den Kaffee tja da würde ich lieber das rausschmeißen den Kaffee mitnehmen ne Stoff raus dann haben wir noch einen Platz mehr hm da hat es auch schon fast auf meist mehr hier nur ein donnerplatz gefunden und die bücher mal die leser aber noch eins elektrische teile 28 von hundern nur wohnen immer bauen kannst rote ist ein müll des anderen schatz finde mehr schrot und nicht rot und ich komme wieder auf schroth, weil ich wieder hier unten schrothpatronen gesucht habe gut oh hab ich mal gerne auch da gewamst so hier hat man alles hat man alles da gibt es noch sand das eine in Plastik ist das andere in Schatz so oha hoffentlich war es nur einer das ist schön versteckt hier hinten 200 kundstoff geht recht fix meinen sonne brauche ich gar nicht mitnehmen eigentlich die müsste ist gleich nebenan aber vielleicht braucht der Händler ja welches ähm du hast nur verrottet gell ich muss nicht meinen das ist jetzt das Tierfeld hm das dachte ich mir schon dann hier und das davon haben auch genug mhm mhm dort steht ein Tresor drin sehr interessant ein Tresor was da wo drin ist ja da geht es nur mit der Hacke ne aber das geht richtig fix was denn jetzt eigentlich wenn ich den hier da kriege ich nix raus ne mhm ne da kriege ich nicht mehr Sprit oha ich sehe was was du nicht siehst und die haben es wieder nicht gehört dass ich hier draußen rumgehackt habe solches haut ja nicht hin ja 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 das ist ein vierer Gebäude Junge da wackelt er jetzt ab oder so na jetzt hat er drückt ok weiß ich bescheid aha aber den hat er gelassen oder was dass wir hier schon mal dran waren Leben lassen wir dafür da das kann man verkaufen äh lassen wir Stoff dafür da äh fängt das wieder an äh dann zerleg den mal lieber die kannst äh äh hallo äh gar keine Verbände mitgenommen oder wat äh 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 so sieht so aus lass den Kaffee da lass den Kaffee da kannst du auch da lassen auch die nimmst du mit ja oder hier dann tu das Blei raus rechnet er schon wieder hier warum denn Rüstung Rüstung Taschenlampen Dingsgedöns ja hm 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 jetzt muss schiff regnet entschuldigung hier geht sich raus haben wir sind geklatscht hier rum la rum löffelspiegel warum regnet sie immer so viel ja noch genau da sind die kleinen die wir gefahren dann habe ich noch die drei kerzen wir unten drin herum gestanden haben dann haben wir noch in der top geholt ja hier gleich noch kunststoff da kannst du den da auch gleich damit also das war ja der aber wie gesagt war uns ja nicht vergönnt ganzen händler geben und das mit rein und das mit rein und der rest bleibt ebenso wirklich keine verbände mitgenommen die band das tierfeld sind unsere verbände sind so liegen die da drinnen